Hallo, ich bin's nochmal mit einem kleinen Ankündigungsvideo. Diesmal geht's zum Thema Streamen. Nämlich habe ich jetzt meinen Livestream eigentlich nicht so weit eingerichtet. Ja, und da werde ich dann vielleicht, es besteht keine Garantie, dass ich das tue, aber ich denke mal, ich werde da in nächster Zeit ein paar kleine Streams veranstalten. Und die werde ich nicht in YouTube ankündigen. Ich werde große Streams natürlich in YouTube ankündigen, aber kleine Streams nicht. Ich werde diese kleinen Streams allerdings auf Twitter ankündigen. Falls jemand diese Streams nicht verpassen möchte und so weiter, der kann mich in Twitter ruhig, ja, folgen, wie es ja so schön heißt, also verfolgen. Und ja, da werde ich dann mal hinschreiben, wenn ich einen Stream mache. Also, ne, wer will, kann da mal reingucken. Das war alles, was ich sagen wollte. Und vielleicht sehen wir uns ja bei einem der Streams und sonst sehen wir uns bei den nächsten Videos. Bis dahin, tschüss. Tschüss.